Darf ich Sie kurz stören? Was wollen Sie? Haben Sie einen kleinen Moment Zeit? Nein, ich habe nicht viel Zeit, ich wollte zum Training. Okay, darf ich Ihnen kurz sagen, was ich mache? Ich bin Fotograf und ich mache so spontane Fotos von Menschen, die mir auf der Straße begegnen. Und Sie haben so ein freundliches Gesicht. Ich würde gerne... Ich habe aber schon einiges gemacht. Aber es ist ein sehr schönes Gesicht. Wahnsinn. Nein, ich habe nicht viel Zeit. Eine Minute vielleicht? Ja, ich würde Ihnen das sogar ausdrucken, wenn die Zeit nachher noch reicht. Bleiben Sie mal so stehen. Sehr schön, ich mache noch eins noch ein bisschen weiter weg. Das ist auch besser. Das war ein schönes Lachen. Ich zeige es Ihnen mal. Gefallen Sie Ihnen? Die Zeit reicht nicht, dass ich es Ihnen ausdrucke. Wäre es okay, wenn ich so ein kleines Video im Internet hochlade? Jetzt von der Situation hier mit den Fotos. Ja, ich kenne die. Ich habe schon keine Lust hier, aber machen Sie es. Vielleicht zeigt es Ihnen jemand, der Sie kennt. Ja, ist gut. Dann viel Spaß beim Sport. Danke. Alles Gute, ciao. Ich mache es sehr gut. Ich bin noch ein Trainer. Ich bin leistet. Noch besser. Ciao. Ciao. Ciao.